Musik Drei Jahre Genkirby 89, Let's Play sind ins Land gezogen. Eine doch etwas längere Zeitspanne, die irgendwie einem doch viel zu kurz erschien. Eine Menge ist geschehen, eine Menge haben wir auch bereits gesehen. Rückblickend fragt man sich, was bleibt hängen, was sind die bisher besten Let's Plays von mir. Deshalb präsentiere ich euch Genkirbys Top 10 Countdown. Die Top 10 der Let's Plays von Genkirby 89. Angemerkt sei hier an dieser Stelle, dass es sich hierbei nur um Let's Plays handelt, die ich bereits abgeschlossen habe. Das heißt, Let's Plays, die gerade am Laufen sind, die habe ich nicht in diese Liste integriert. Aber hey, vielleicht mache ich nächstes Jahr wieder eine Liste, um die aktuell laufenden Projekte wie GTA oder Batman mitzuintegrieren. Wir werden sehen. The Blob Ein eher ungewöhnliches Jump'n'Run auf der Wii klackste farbenfroh Anfang 2012 auf meinem Kanal als eines von bisher nur zwei existierenden Let's Plays zu diesem Zeitpunkt von diesem Spiel. Ein eher bunter Humor, unzählige Nebenmission und dann noch eine versteckte Botschaft zur Auflehnung gegen das Regime bei einem Kinderspiel, wenn es doch heißt eigentlich nur Kampf zwischen Farbe und Tinte. Naja, eine mögliche Fortsetzung in The Blob 2 auf meinem Kanal ist daher nicht auszuschließen. Emre, Emre ist schön bunt! Summon 9 Mario Party 1, der Auftakt der Mario Party Reihe und eines meiner ältesten Let's Plays. Es angefangen noch Anfang 2010, direkt nach dem Start der Let's Player Karriere, als Nebenprojekt, so trat es doch noch bis 2011 immer mal wieder auf, sogar auch mit Unterbrechung von meiner Mutter und wurde letztendlich auch ein langer Begleiter meiner bisherigen LPs, wodurch sich auch von Brett zu Brett eine Kommentarsteigerung zeigte, die in einem Together letztendlich gipfelte. Teil 2 wurde zwar hinterhergeschoben, erreichte jedoch nicht den Erfolg und die Zusprechung wie mein erster Teil. Was Mario Party 3 und 4, die auf jeden Fall dieses Jahr folgen werden, bringen, werden wir sehen, da sie als komplettes Together-Projekt ausgelegt sein werden. Jetzt meldet sich meine Wut auch noch zu Wut! Ich nehm auf! Nummer 8 Pokémon Road Im Frühjahr 2012 grub ich ein Spiel aus, das ich fast 10 Jahre lang nicht mehr angefasst hatte. Als fast kompletter Blind Run mit nur noch minimalem Wissen über die Basics dieses Spiels, wurde aus diesem Let's Player ein schnell ein längeres Let's Derp, das für Unterhaltungen durch Fails, Fehlentscheidungen und aberwitzige Vergleiche zwischen Trainern, Pokémon und Real-Life-Personen sorgte, wie wenn zum Beispiel ein Trainer mit einem umgefallenen Michael Jackson verglichen wurde. Wie ich mich bei zukünftigen Pokémon-Spielen anstellen werde, wenn ich mal wieder eins machen sollte, das werden wir dann noch sehen. Was ist denn das hier für ein Kampf-Chineser? Schaut euch mal die Augen an! Warte mal! Dreh dich mal um, Kollege! Okay, auch ein schöner Rücken muss entzücken. Gut, jetzt, hier, seht es schon mal an, das ist der Hawk-Acher! Nummer 7 Hitman Silent Assassin Der Auftakt meiner Lieblings-Stealth-Reihe fand ebenfalls Anfang 2012 statt. Nicht ganz so gewandt ging ich zu Werke, wie ich es bei anderen Hitman-Teilen machen würde. Wer einen Gegenvergleich will, der schaut gerade auf meinem englischen Kanal Hitman Absolution nach. Denn dieses Spiel besitzt nämlich mitunter die schwerste KI in der gesamten Hitman-Reihe. Dennoch ein sehr unterhaltsames Trial- und Arrow-Stealth-Through mit ein paar Rambo-Einlagen. Denn ich sage nur, ja meh, ja meh! Wir dürfen uns gespannt auf Hitman-Contracts dieses Jahr freuen. Der ist aber schön geflogen. Dafür liebe ich die Ballas. Kriegen die Gegner. Nummer 6 Lollipop Chainsaw, eins der Überraschungsprojekte letzten Jahres, das sich im Frühjahr begann. Vom Großmeister Suda51 persönlich stammend und damit auch noch als Auftakt für weitere Suda51-Spiele auf meinem Kanal, die in ähnlichen, äh, skurrilen Humor geschrieben sind. Als Zombie-jagende Cheerleader mit Kettensick und skurrilem Humor kämpften wir uns voran und schlugen uns auch mit, äh, irgendwelchen Gegnern, die auf Punkrock, Black Metal und so weiter standen. Was? Moment, das war auf der Amazon-Wunschliste von dir. Wie zum Teufel wusste die, dass ihr im Freund den Kopf anpacken muss? Hahaha! Du王'n the Crotch Oktober 2011 wachte ich mich in ein neues Genre zum Halloween-Special vor. Ich wollte dieses Spiel nur anspielen, doch letztendlich gipfelte es dann in einem kompletten, vollwertigen Let's Plays. Ganon Kirby vs. Du王'n the Crotch Ich hatte so viel Schiss beim Durchspielen. Das wusste ich so vor noch nicht einmal. Die Horrorsimulation sorgte schnell dafür, dass ihr euch an meinem Leid ergötzen konntet, während mir das Herz beinahe in die Hose rutschte. Scheiß Katze, ey! What the fuck? Wie viele Katzen haben die denn? Was soll denn das? Ja, ey! What? Was seid ihr denn für behinderte Katzen gewesen? Nummer 4 Happy Wheels! Ende 2011 startete ich eigentlich als einer der ersten deutschen Let's Player dieses Endless-Projekt, dessen erste Staffel wir letztes Jahr, Mitte Sommer, beendet hatten. Ein so durchgedrehtes Fleischspiel, bei dem es eigentlich nur darum ging, von A nach B zu kommen, und die Durchführung war jedoch schwieriger als erwartet, sorgte für viele feuchtfröhliche Lacher und wird es dieses Jahr im Sommer zum Start der zweiten Staffel auch wieder werden. Ich denke, mein Spiegelmärchen hätte was... Wow! Was anderes gemacht. Insane Blades und... Oh nein, 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 nein! Nein, geh weg! Ge... Kingdom Under Fire The Crusaders Eins meiner beliebtesten Let's Plays, ein Underdog und leider ein unbekannteres Spiel auf der alten, originalen Xbox. Kingdom Under Fire macht gut vor, wie man die genialen Elemente eines RTS und RPGs, mit denen der Warriors-Spiel aus dem Hause Koei verbindet. Vier Kampagnen mit einer Länge von teilweise 10 Stunden sorgten für ein fast 1,5 Jahre undauerndes Projekt, aufgrund öfterer Pausen, welches von Herbst 2010 bis 2011 lief und ebenfalls eine Stärkung in meinem Kommentar vorweisen kann. Verrat, Intrigen, High-Fantasy-Settings, schwarzer Humor und Massenschlachten gepaart mit Heavy Metal Soundtracks und einer ungnädigen Schwierigkeitsgrad Erhöhung, sorgten doch für eines der besten Spiele, die ich jemals Let's Plays hatte bisher. Das Mysterium des Kingdom Under Fire Universums hat auch noch viele Story-relevante Fragen offen, aber doch einige Fortsetzungen des LPs auf meinem Kanal werden hoffentlich für Antworten sorgen. Na komm. Super Mario Sunshine Mario 64 war zwar ursprünglich mal mein beliebtestes Mario Jump'n'Run-Spiel, doch dann kam Anfang 2011 Mario Sunshine hinzu. Das war mein bisher sehr durchgedrehtes Let's Play überhaupt. Eine sehr kloppte Spielweise, LP-Episoden, die teilweise stark zensiert werden mussten, da der Humor oftmals ins Bodenlose sickerte. Gastauftritte von Steve Relius Past War 1349, Kirak 32 LP, Spearguy und Mugiwara LP sorgten nebenher auch noch für einen Publikumsmagnet. Und nicht zu vergessen sind die hammerharten Fails, die derben Lachanfälle und ein sehr, sehr hoher Fail-Counter mit über 160 Fails und Toten innerhalb dieses gesamten Let's Plays. War nicht die Fliese. Home, Sweet Home. Oh Gott. Oh Gott, sind sie aus der Haare aus, ey. Jesus Christ. Wir haben uns die Plätze 10 bis 2 angeschaut. Die beliebtesten Projekte bisher, die ich Let's Played hatte auf meinem Kanal. Bevor wir uns gespannt auf Nummer 1 stürzen, hier nochmal der Schnelldurchlauf der Plätze 10 bis 2. Nummer 10, The Blob mit einer farbfrohen Tintenkleckserei. Platz 9, Mario Party, Bretter, Playthrough der etwas anderen Art. Platz 8, mein Pokémon Rot, Let's Derp Through. Platz 7, Hitman Silent Assassin oder auch Trial und Arrow Stealth Through mit viel Jammeh. Nummer 6, Lollipop Chainsaw. Zombie-Jagende Cheerleaderin mit Kettensäge und einem sprechenden Kopf als Freund. Nummer 5, Ju on the Grudge. Die Horrorsimulation, bei der mir die Hosen vollgeschissen wurden. Platz 4, Happy Wheels. Endlos Flash-Projekt, Staffel 1 abgeschlossen. Ziemlich bescheuert, ziemlich bekloppt. Mit zerhackstückelten Gegnern und Einheiten und Charakteren. Kingdom on the Fire, The Crusaders, der Underdog der Hack-and-Slay-Spiele. Für die alte Xbox eine Perle unter den Exclusive-Spielen. Platz 2, Super Mario Sunshine. Völlig beklopptes und fehlhaftes, doch sehr unterhaltsames und durchgedrehtes, von Nachanfällen gepicktes Mario Jump'n'Run. Kommen wir also zu Nummer 1. Nummer 1, Spider-Man Edge of Time. Ende 2011 bis Anfang 2012 lief dieses Überraschungsprojekt über den beliebten Marvel-Superhelden auf meinem Kanal. Eine interessante, wenn auch kurze Story, welche durch Raumzeitbrüche und städte Wechsel von den Amazing- und dem 2090er-Universum ein bisschen für die fehlende offene Spielwelt entschädigte. Zusätzlich hatte ich für das gesamte Projekt die Unterstützung Mugiwara-LPs, wodurch wir des öfteren Off-Topic-Up drifteten. Außerdem haben einige dieser Videos, die zu diesem Let's Play gehören, die 300.000er-Aufrufmarke geknackt, weshalb ich gut und gerne sagen kann, dass dies zu meinen erfolgreichsten Let's Plays gehört. Ein HD-Remake ist vielleicht für 2014 nicht ganz auszuschließen. Das war meine Rückblende mit meinen beliebtesten Projekten, die ich bisher Let's Play habe. Was war denn euer Lieblingsprojekt von den Sachen, die ich gemacht habe? Oder hattet ihr mehrere? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn möglich auch mit Begründung, weil sowas würde mich schon interessieren, warum ich hier den ein oder anderen doch angesprochen habe mit eben jedem Projekt. Und wir werden sehen, was sich alles noch hinzugesellt bis zum 4-Jahres-Special an Projekten. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall bis hierher unterhalten und freut euch auf jeden Fall auch schon auf das dritte Special, das hierzu gehört. Bis dann, Leute!